Weißt du, was ich auch noch gesehen habe, in die Mitte, mit den blauen Viechern, sollte man so schnell nicht hingehen. Die sollen nämlich extrem stark sein. Also nur ein Endgame. Gut. So, ein Bettchen, schmeißen wir auch mal hier oben hin. Oh ja, Bett, 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 Bett. Drei. Oh, nee, ne? Ja, weil Pani nicht da ist, können wir hier nicht bauen. Der Witzkeks, Alter. Ja, hab ich ja gesagt. Können wir nicht. Ja, aber wir können sein blödes Feuer benutzen, oder was? Oh, Pani, das ist... Ist der intelligent, der Junge, ey. Ehrlich, Mann. Ja. Das ist ein Geburtstagskind, der darf heute ein bisschen abseits sein. Ja, aber wir können hier jetzt gar keine Base anfangen zu bauen. Ja, das können wir nicht, ja. Ja, das ist doch bescheuert. Ich weiß nicht, warum der schon gebaut hat. Da hat er mir nichts von gesagt gehabt, dass der schon gebaut hat. Der hätte ja was sagen können, dass er ja... Warte, jetzt über... Nirgends? Ich kann doch nicht mal mein Bett hinlegen. Ja, weil er das... Weil das in seinem Besitz ist. Ach, ist was doch. Oh Gott. Wo müssen wir denn dann hin? Ich schreibe dem Pani mal eben kurz über Discord. Ja, vielleicht geht er das, ja. Zumindest können wir was zu essen. Wir müssen mal eben schnell vor dem Hungertod bewahren. Aber wir können seine Kisten aufmachen und alles und sein Feuer benutzen, oder was? Wo ist da die Logik? Keine Ahnung. So, ich habe ihm mal Bescheid gesagt. Oh, ich habe wieder ein Dorf gefunden. Da bin ich fast reingerannt. Ich muss das trinken. Trinken, trinken, trinken. Ich muss aber sagen, ich bin jetzt in der Mitte der Map. Und laufe die ganzen Weiden hier gerade durch. Allein schon, um Pferde zu finden. Aber ich habe... Oh, ich habe ein Nilpferd. Äh, nicht Nilpferd. Wie heißt denn die Liga nochmal? Nashorn. Ja, jetzt überbrauchen wir jetzt noch nicht. Zu spät. Ja, wir haben doch nicht mal einen Stall, du Vogel. Zu spät. Ja, pack das, nimm noch. Nimm noch mit. Lass es sterben. Ist aber voll schwer. Ja, ach ey. Ja. Packt schon alles ein, wo wir noch nichts haben. Ja, den Punis Herr Debit sagte, oh, ihres Gesicht. Ja. Der kann nichts liegen lassen. Alles einsacken. So, ich werde jetzt erstmal nichts verteilen. Punkte verteilen und so ein Kram. Da kann ich jetzt irgendwas geschrieben? Und das wurde mit TTS übersetzt. Ein O mit einem Smiley. Ich kann aber aufhören, das als Text vorzulesen. Aber so hören die so ein Streep auf, was der Panny sagt. Ja, den Punis Herr Debit sagte, baut daneben. Jetzt sollen wir daneben bauen, Pappnase. Daneben bauen? Wo sollen wir denn hier was bauen? So ein Besitzkram ist ziemlich groß. Oh, hier dürfte ich ein Bett hinlegen. Okay, hier vorne dürfte ich schon wieder bauen. Segelchen. Moment, ich komme. Wo? Hier vorne am Wasser könnten wir die Betten erstmal hinlegen. Ich bin auch in den nächsten zwei Wochen da. Also wenn der Stream vorbei ist, bin ich da. So, ich leg das Heft erstmal hier vorne auf dem Stein rauf. Weil ein blöder Vogel will jemand von mir. Sehr gut. Nice. Naja, durch das Pikmärzchen haben wir zumindest vorläufig mal ein bisschen Fleisch. Ist auch auch nicht schlecht. Tja. Das Problem ist, wo Baum war. Also da hinten ist schlecht wegen den... Wohl, wir könnten ja mal gucken gehen, wie weit wir hier kommen. Eieieiei, was hat er denn für Einstellungen? Ich habe so wenig... Alles klar. Ja, Lepunis Herr Dewey sagte, kann ich jetzt nicht ändern. Was? Ich kann ein Dutzend Fundamente herstellen. Okay. Also wenn der dann das nächste Mal onkommt, ne? Wenn es danach geht, kann ich hier jetzt ratzfatz... ...e Megabase aufbauen. Ach, ja. Gut, äh, was habt ihr, äh, was kannst du? Hat er die Einstellung zu niedrig gestellt, womit man was bauen kann? Ja, ich kann, ich habe, ich habe 400 Holz und 315 Steinen und ich kann 200, äh, über 300 Fundamente herstellen. Okay, warte mal. Steht ja alles auf 1. Ernten. Erntemenge auf 5. Steht eigentlich alles auf 1 hier, also... ...wenn dann hat das auf dem Server. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich kann hier von... ...wo... Dann hat das auf dem Server gemacht. Da kann man dann... ...wurste er dann machen nachher. Also, die Tage mal. Geht's überlastet. Klasse. Äh, wie fangen wir denn mal an? Wenn wir so viele von der Wende bauen können, dann fangen wir doch... ...hahaha... ...fangen wir mal im Wasser an. Da kommt's mir nur so vor, oder läuft das, ähm, läuft Zip da besser momentan? So vom... ...Belastung her. Und Pferd! Also Pferd nehme ich aber mit. So schön, nice. Pferd kannst du mitnehmen, das ist mir egal. Das Walross nehme ich auch noch mit, weil das will ich als, äh... ...ich will mit nem Walross rumbreiten und nicht mit nem Pferd. So, ich muss gucken, was ich rausschmeiße. Das ist natürlich ein bisschen viel gerade. Ich hab hier den Haut an der Welt. Ich glaub, ich glaub ich jetzt hier relativ gerade bin, das wäre natürlich. Dream, wenn ich das sehen könnte. So, gut. Nee, ich glaub, wir fangen mal lieber bei den Steinen da hinten. Also wenn ich noch ein Pferd finde, dann wird's knapp. Mit der... Kann ich nicht mitnehmen, dann muss ich später nochmal los. Okay, mal gucken, wo man dich schon bauen kann. Ich müsste hier vorne anfangen. In der Ecke hier. Das sind ja auch noch mittendrinne Steinnasen, ey. Ich brich zusammen. Ich hoffe, ich bin jetzt relativ gerade. Das wäre wirklich nicht doof, wenn wir das sofort haben. Ah, komm doch her, du blödes GroKo, ey. Ich wollte hier eigentlich mal in Ruhe was machen, aber dann wärst du halt weg, der Schneckste. Okay, so. So, du, weg. Auch weg, ist mir scheißegal. Hier hin. Und jetzt treff ich da hinten, das war dann nicht wieder... Das ist doch alles Schande hier gerade. So, fünf. So, fünf, 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 wo bist du? Oh. Ich sehe die Fetzen fliegen, sprich die Mies da unten. Wie machen wir denn mal den Anfang? So, alles gerade ein bisschen bleibt. Oh, weiß ich nicht. Musst du mir einfach sagen, liebe ich, dass ich das... Ich muss erstmal gucken, wie hier... Guck mir einfach, wo du deine Äste. Kommst du jetzt hier nicht hoch, oder was? Hallo. Das ist ein kleiner Vorsprung. Willst du mich veräppeln? Ey. Vorsicht, GroKo. Ja. Bist du zu dumm, da rüber zu springen? Ich habe Angst, ich bin hier voll irgendwo auf dem Arsch der Heide. Wieso bin ich überlastet? Ich habe da gar nichts gemacht. Achso, die Trinke. Komm hier nirgendswo hoch. Was ist denn das hier? Hallo? Spiel? Wahnsinn. Oh, ich muss erstmal was essen, ey. Oh, jetzt kann ich das mal hochschleichen. Hallo, Rähchen. Oh, das... Oh, ey, klüppt hier... Klüppt hier neben mir der Boss auf. Geil. Voll spät. Oh, der drohte Augen, das Ding hier. Krass. Krass, wie das aussieht. So, dann bin ich mal gespannt. Ach, wir waren auf einem großen Turm, ne? Da mussten wir doch durch dieses Tor durch, wo diese Klapperhannes davor standen, ne? Mach das runter, dann einfach runter, dann, ne? Oder? Ja. Ja, ich glaube, wenn. So fallert, ne? Dann dürfte ich nämlich richtig sein, hier. Da sind ja die ganzen Nashörner noch, stimmt. Mutti Nashörner ist ja auch da. Irgendwo. Juh. Nice. Ach, jetzt kann ich das zumindest doch schon mal machen. La 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 la. La 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 la. Unsere Sängerin ist ein Segen wieder da. Mhm. Oh, ich brauch Lieder. Shit! Da muss ich ja erst die Gerber reinmachen. Nein, da wo wir immer durchgeritten sind, da ist jetzt ne Stadt. Ja, das kann's geben. Mit Spikes an den Seiten und so. Krass. Dann muss ich das richtig hingehen. Ich hatte grad irgendeine… Und da summertime jetzt? Hochlandbären, oh, lecker. Also nehme ich mit. Ja, genau. Ne, nicht so auch, auf liegt das. So. Das zählt nicht zu gut aus. Die haben die Mauer repariert, das ist eine riesengroße Stadt hier. Da kommst du gar nicht mehr durch. Das ist sehr schön. Guck mal am Screen. Die ganze Mauer. Nee, ist egal, die muss ja nicht. Nein, ich guck doch schon. Ja, nice. Na toll, ich hab Werbung als erstes Mal. Na klar. Mensch, ich brauch jetzt so eine Werbung. Ja. Haben die unseren schönen Reitweg jetzt versperrt? Ja, also kommen wir normalerweise durch. Das ist ein riesen Tor jetzt. Müssen wir das erst frei kämpfen, um zu öffnen? Oder keine Ahnung? Ich weiß nicht, auf jeden Fall brennen davor Leichen. Und hier hängen auch Totems. Tote Menschen hängen an Spießen. Wie? Ich weiß immer noch nicht die, die hier mal so hier vorne. Am besten mal hier vorne anfangen. Ja, nett. Ja, nett. Jetzt mal hier vorne. Ei, 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 ei. Relativ gerade. Hier, komm. Schwarz ist Eis. Okay. Hier schon. Ja. Hier. Ähm... Mh... Das Böse ist, äh, das Blöde ist, da ist ne... Auf der Maul ist... Oh, okay, da ist da oben. Oh nein, ich komm hier noch niemals durch die... Wo soll ich denn da hinkommen? Geht hier wohl. Ey, das haben die aber richtig hübsch gemacht hier, du. Die haben sowieso gute Sachen gemacht, hab ich den wechseln. Ja. Das sieht richtig nice aus, wie die die repariert haben, die Mauer hier. So mit Aufgang und so weiter und so fort. Da stehen Wachen. Hammer. Ja, ja, das haben wir schon auch gehabt. Also durchreiten kannst du noch, aber muss schnell sein. Wenn ihr schon ein bisschen was Tolles habt, dann könnt ihr mich abholen. Okay. Wenn wir schon ein bisschen was Tolles haben, der war gut. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich weiß genau, wo ihr seid. Ja, da wo du schon gesagt hattest, ne? Okay. Also unterhalb der Stadt, nördlich von der Stadt. Von dieser Skelettstadt, wo wir mal drin waren. Mhm. Gut. Ja. Dann ist die heute. Dann wälsisch. Warte mal, bevor ich jetzt aber hier ein Bettchen hinsitzen. Jetzt bin ich nämlich schon mal hier. Bevor mich nachher so ein Lucksack snackt. Nee, nee. Nee, nee. Nee. Lübi! Ja. Guck mal, was wir uns schon besorgen könnten, wenn wir denn wollten. Komm mal zu den Betten. Ich habe hier eine kleine Überraschung stehen. Ja, das ist gerade schlecht. Ich meine, ich kann da rüber schleichen. Das ist gerade ein bisschen... Nee, dann bleibt man mal da. Dann ist gut. Das war ja auch noch nicht. Das müssen wir noch nicht. Habt ihr doch schon einen Stall da stehen und so? Nee, nicht ganz. Aber das heißt... Zumindest habe ich unser erstes Sklavenrott hingestellt. Ja, das ist ja wichtig. Ich brauche Stall und Zierferch. So weit bin ich noch nicht jetzt hier. Warum nicht? Tja, weil ich so noch nicht bin. Warum nicht? Ihr seid ja schon mindestens Level 20. Also der Liby ist wahrscheinlich schon bei Level 30, aber... Du mich auch. Warte, ist das sonst aber so? Ich bin gleich da. Ja, und nicht immer so eine Drohung, ne? Ich bin gleich am Fluss schon mal zumindest. Das ist gut. Und ich muss mal gucken. Nicht so eine Drohung, mein Freund. So, wo geht's den Fluss lang? Nur noch links. Tal der Schatten. Ah, ich bin unter der... Ich bin an der... Am Schwefel. Da, wo die ganzen Schwefelsteine sind. Das ist ja schön, ne? Hier ist ja auch ne kleine Stadt. Da, wo dieser Anglerposten war. Oh ja. Hört auf, mich anzumachen hier. Geht weg. So. Wieder rausgeschaltet. Warum nicht die paar wieder raus? Nein. Wo seid ihr? Ich werde angeknabbert. Da seh ich was. Du wirst schon wieder angeknabbert. Warum? Ich seh was. Ich seh Bauteile. Ich seh was gebautes. Du siehst was gebautes. Ich seh den Lübi, glaub ich. Bei seinem besten Hobby wieder mal. Wie immer. Warum darf ich denn hier wieder nicht drehen? Paar Meter weiter stehe ich. Bei den Betten. Da hab ich schon ein paar Kleinigkeiten hingestellt. Alter Lübi. Ja, jo. Hör. Weiter, hab ich geschrocken. So, wo ist denn, wo ist denn unser Zähnchen? So, wenn du jetzt hochkommst. Hier vorne. Dann kann ich dich nämlich auch gleich in den Clan einladen, Schatz. Die typische Krankheit. Wo bist du denn? Hier. 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 Am Wasser entlang. Beim Lübi am Wasser entlang laufen. Zu mir. Ich seh dich da die ganze Zeit sprinten. Ach da, ich seh dich. Oho, rolle. Yeah. Das Wort hier hat jetzt so. Ja. Hast du dich doch gefunden? Warte mal.